Icarus, Wootenmission erfolgreich. Sie sind blind. Beginnen Sie den Ankren. Verstanden. Zweite Stufe abgetrennt. Näher an uns Ziel. Icarus, hier Kommando. Sie sollten jetzt Sichtkontakt zur Station haben. Ziemlich groß, Kommando. Ein ganzer Ringen-Föderations-Satelliten lädt gerade auf. Merrick hier. Wir halten hier unten nicht lange durch. Rein da unten. Und erledigt das, was hier ist. Der Föderations-Satelliten. Geht in den Rhein. Schwere Föderation-Verstärkung greifen unsere Bodentruppen an. Lagebericht. Achtung Merrick, wir haben es zur Station geschafft. Beeilung Icarus. Haben wir unten schweren Beschuss. Icarus im Anflug. Es wird heiß. Übernehmen wir diese Station. Dann lassen wir es selber krachen. Anzüge aktiviert. Feinkontakt in Deckung. Ziele, zwei Uhr hoch. Ja, damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Call of Duty Ghosts. Wenn man in der letzten Folge erfolgreich die Satellitenüberwachung am Boden zerstört und versuchen jetzt mit unserem Alt-Team die Station hier oben zu übernehmen, dass wir die Orbit-Satelliten steuern können. Aua. Lass mir doch in Ruhe mal die Einhaltung machen. Du kannst doch nicht einfach auf mich schießen, du Sack. Stöss. So. Was hast du davon? Messer. Na, da ist doch noch einer. Hi. Huff. Da ist noch einer. Oh, oh, oh. Nein, 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 nein. Du nicht. Es kommen noch mehr Ziele von der Zentralluke. Kontakt auf zwei Uhr. Puff, puff, puff. Wer ist schon tot? Ah, hi. Da war noch einer. Zack. Ich stelle mal ein bisschen nutzen, dann hört man meine Stimme. Ah. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Oh, da. Oh, gerade noch so, ey. What the fuck? Scheiße. Der lebt noch. Schieß doch. Au, 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 au. Thompson, wir können nicht stoppen. Bewegung. Ja, klar, ey. So, da war doch einer irgendwo hier, ne? Wir nehmen jetzt den direkten Weg. Wir müssen die Außenwand durchbrechen. weiter Druck machen. Weiter Druck machen. Ich drück so hart ich kann. Sofort ausschalten. Kontakt auf 11 Uhr. Du Sack. Da ist noch einer. Da sind noch zwei. Eins. Zwei. Ah, hi. Ich habe hier ganz übersehen. So. Oh, scheiße. Verheilung. Ja, tun sie. Zeitlupeangriff. Zeitlupeangriff. Ah. Jo. Schon dabei. Achtung, Merrick. Haben Kontrolle über die Station. Verstanden, Icarus. Übermitteln feindliche Positionen. Zeig es ihnen. Okay. Satelliten 3, 4 und 8 geladen und bereit. Thompson, Abschluss einleiten. Alle Stäbe unterwegs. Stelle Verbindung zur Zielzone her. Drohne erreicht Einsatzbereich. Okay. Jetzt wird's lustig. Icarus. Feuer auf. Schwer gepanserte Bataillone konzentriert. Zielerfassung online. Feuern, wenn bereit. Bam. Ho, ho, ho. Alter. Verstärkung neutralisiert. Icarus. Ghosts sind auf dem Zug Richtung Südwest, der durch ihr Zielgebiet kommt. Feuer einstellen. Wiederhole. Verbündete auf dem Zug. Okay. Icarus. Übertrage Panzerkolonne der Foderation. Vorsicht. Sie sind genau über euch. Ghosts sind auf das C-Foil. Gute Arbeit, Icarus. Die Panzer wurden neutralisiert. Bodeneinheiten werden frankiert. Besteht Sichtkontakt. Sichtkontakt bestätigt. Machen wir alle weg. Eins, zwei, drei. Bam. Alle Truppen können sich um die restlichen Feindeinheiten kümmern. Bereiten Sie sich vor, verbleibende Föderationsschiffe bei... Icarus, warten Sie. Icarus, besteht weiter Sichtkontakt zum Zug Südwest? Bestätigt. Vorherigen Befehl ignorieren. Den Zug erfassen und feuern. Aber Sir, es sind Ghosts auf dem Zug. Der Befehl kommt von den Ghosts. Bestätigt. Wiederhole. Bestätigt. Auf den Zug feuern. Tumsen, feuern, wenn bereit. Aber... Ich kann doch nicht auf die Eigendung schießen, Mensch. Shit. Ja, das war jetzt die kürzeste und knackigste Folge God of the Ghosts für euch bis jetzt. Wir haben jetzt schön mal die feindliche Armee mit den Odin-Raketen zerstört. Es war kurz. Aber ich kann euch schon so viel verraten. In der nächsten Folge wird es richtig lang nochmal reißerisch. Freut euch drauf. Bis dahin, wie immer, comment, like, subscribe. Ich freue mich drauf. Und bis zum nächsten Mal. Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.